ja zehn jahre jungen zehn jahre jungen ja genau ja das let's plan wir jetzt ja genau das ist direkt nach pikmin 3 deluxe weil wir doch zeit haben das musste man nicht sagen ich war schon dabei zwei spieler ich bin mario du bist auch immer das ein natürlich bin ich kann auch an toad spielen ich bin mit nantag sofern es funktioniert er hatte das connective probleme heute ist prinzessin peaches geburtstag aber große geschenke das da ist bösartig gut ausschauen ja man muss sagen der spielschopf pixel aus als erinnerung hatte anscheinend liegt das war die pk monitor ich weiß jetzt nicht wie es bei euch dann ausschaut 4k hat man gleich viel merken ich merke warum ist ein schwarzer wolken ist er nur der sequenz da oder ist er immer da das ist das denn alles die 29 ja genau da wird schon funktionieren auch ohne land er hat schon sein wagt recht schütteln sehr ungewohnt das ist wirklich konstant da ist der erst wieso ist das denn so du bist dran das ist der komplette wie modus so oder ja jetzt gehört ist das einfach eine standard macht das die video standard gemäß ja was mal so ihr habt jetzt noch ganz minimale schwarze ränder aber das ist okay will ich hoffen das gut gehen wir erst mal schloss geschenkte items versteckte münzen springe gegen den blog und bonus filme zu sehen der ausgang ist links superspiel drei sterne was soll das denn das sind einfach so videos ja okay die sind alle natürlich leer das bedeutet dass ich jetzt dran bin oder gleichzeitig dran in dem spiel ist ich nicht immer so dumm du hast das schon mal gespielt ich versuche nach links zu gehen da geht es nicht wirklich weiter ja oh mein gott mein controller macht geräusche ja die kontrolle haben es auch so etwas mal benutzen das spiel ist viel kontrolle kann es theoretisch da unten drin was will ich da rein scheinbar wenn du kommst jetzt auf jeden fall da rein sicher ob du willst oder nicht hat eine weile gedauert ich war schon alles normal ich kann auch schütteln ich hoffe du kommst da überall hin weil ich schaff's naja du willst nicht mitkommen die münzen dann wichtig nein eigentlich überhaupt nicht keine extra leben oder sowas wie in alten spieler doch leben kann man schon kriegen aber auch da hinten war wo wir reingekommen sind dass ich kein leben verlieren was passiert wenn ich keine leben mehr habt ja dann dann kriegst du kontinuier jetzt hör mal auf damit das war jetzt auch keine absicht warum stellst du eigentlich auch immer so dumme fragen ich wollte auf den hüpfen man kann es mal raus warte lass mich da durchlaufen es ist notwendig ja wachstumsschub dass die erste rünste ja du hast mir gerade voll die fuß gegeben auf dem kopf geladet es startet was oder wans man habtser ok nein 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 ja du bist hochgeflogen was erwartest du brauchst du hast kommt mit nach oben Ja, ich dachte, es landet in mir. Keine Ahnung. Müssen wir da runter? Scheinbar. Ist das ein Ausgabe oder wird? Meins. Ich sterbe öfters. Danke. Oh, das ist die dritte, also die zweite da unten drin. Ich hoffe es. Wenn die Pipe mal wiederkommt. Oh, die war einmalig da, die kommt nicht nochmal. Du, das ist halt etwas, was im Kreis sich rotiert. No, das ist ein Spiel. Das muss nicht logisch sein. Ich schlag dich gleich. Ich weiß genau, wie das gemacht wird. Wie Level Editor ausschaut. Ich wurde gerade getroffen. Das ist ein runter. Ja, tu mir leid, wenn du nicht drauf achtest. Ey, das ist ja... Warum ist das denn so lang? Vielleicht habe ich auch recht. Danke. Bitte, Gangship. Du hast nicht recht. Das kann eigentlich nicht sein. Kann man sich an Karten festhalten? Muss hier rauf. Bin ich jetzt blöd? Wo ist die Röhre? Ja, ich meins ernst, die kommt nicht nochmal. Das kann nicht sein! Drück Vorspulen. Ja, da kann man ja laufen. War da unten eigentlich noch irgendwas? Oh. Ja, die... Wow, das gefällt mir jetzt gar nicht. Ach, du bist lustig. Ja, siehste! Im Ernst! Der ist einfach so riesig, dieser Kreis! Man dreht so lahmarschig! Glückwunsch, ich habe die Röhre gefunden. Hä? Wieso hast du sie gefunden? Hä? Ich habe die Münze gefunden. Hä? Ich bin nur da reingegangen. Oh, warte. Kannst du das öffnen? Wenn du das machst, dann kommt da was Gutes raus. Du, wenn jeder das macht, kommt da... Oh, okay. Wahrscheinlich geht das noch einmalig. Da war ein Wander. Pass auf, dass du nicht da unten stürmst. Wird man da sterben? Ja, du kannst zerquetscht werden. Das ist eine Option. Gib mir bitte ein Item, ich muss vorsichtig spielen. Nur 200 Punkte für Maren. Ja, ich war weiter unten als du. Mein Gott. Und dass er wohl du doppelt so hoch bist. Ja, voll nicht so gut gesprungen. Turn, turn, turn. Tja, da sieht man gleich, wer der Profi ist. Ich bin ganz klar schlechter. Wie soweit ist eine Level blau und das ist jetzt rot. Ja, mein Gott. Sei halt nicht immer so blöd. Das andere war am Anfang auch rot. Wieso ist das denn ein unterirdisches Level? Ja, weil's also ist. Er hat das ja gefunden. Als wenn ich das nicht will. Natürlich nimmst du die Eisblume. Es wäre viel effizienter gewesen, wenn ich sie bekommen hätte. Warte, das hier ist der Rennknopf. Ja. Nein. Das, du sie verloren. Schade. Wär mir auch passiert. Oh, du konntest den mitnehmen. Muss man die nicht an einer bestimmten Stelle benutzen, damit eine Münze unterhält? Kann sogar sein. Äh. Aber ich hoffe nicht. Jetzt da unten rein. Nein. Oha, es kommt zu. Du lebst gefährlich. Die spawnen nicht nochmal, wenn man... Oh Gott. Ernsthaft? Das muss ich auch noch so machen. Oh nice. Nicht in weiter reinlaufen. Oh, das wollte ich nicht. Was hast du gemacht? Man kann sich freiwillig in eine Blase begeben? Ja. Ich weiß nicht mal wie. Ich weiß nicht mal wie. Was macht der Switch? Ich meine, ich kann es mir denken, aber... Oh. Okay. Ich hab sie. Was? Alter, warum geht das nicht? Warum willst du denn da immer rein? Nein. Das da war eigentlich immer der Schussknopf. Der zusätzliche neben dem Rennknopf beim Nunchak. Und das... Öp. Ich versteh das nicht. Äh, wird das in meinen Erinnerungen falsch? Oder wir haben das irgendwie mit der Wii U weggepatcht? Wer weiß. Anders kann ich mir das nicht... Ich hab uns den zweiten Münzen gesagt. Weil eins... Oh, eins ist auch das. Okay. Äh, und zwei... Ist auch das. Okay, gut zu wissen. Willst du da rein? Heyyyy... Ja. Oh. Oh, was? Oh Gott. Willst du den haben? Äh. Ich wollte eigentlich raus. Ja, da laufe ich jetzt nicht extra runter dafür, oder? Oder doch? Ich meine, mach ruhig, du kannst ihn dir einfrieren. Nein! Oh, ich bin tot. Warte, was? Ich lebe noch? Ey, du bist noch da! Ich dachte, hier wurde gerade zerquetscht. Äh, ich schätze mal, wir müssen da runter. Ne, so eine Vermutung. Ich hoffe, ich habe recht. Du hast richtig vermutet. Ja, hast du. Hast du? Hast du? Wie genau kommen wir da hin? Wir haben ein paar. Ach so, das ist droppt dann einfach. Ja, genau. Ja. Wieso steht eigentlich eins? Ich drücke eins gar nicht. Doch, ich drücke eins. Logisch. 100% run, yeah. Ja, datatan. 20 Minuten soll das, äh, 20 Stunden sollte das fertig sein. Na und der Webseite. Ach, nein! Warum genau bist du einfach straight runtergesprungen? Äh, ich bin nicht gelaufen. Ich habe das Ding gemoschen gedreht. Oh. Ja, doch. Du hast anscheinend konstant noch weiter nach vorne gedrückt. Weil sonst wärst du ja stehen geblieben. Oh. Oh. Hilf mir. Gehe halt rein. Gott sei dank, ich tricke ihn ab. Ich bin also noch nicht gemauern gefährdet. Ne, noch nicht. Wäre der Welt 8 aber anders ausschauen wahrscheinlich. ein bonus aus wie oft kann das aktivieren einmal einmal pro game ja genau das gemacht ich glaube schon dass er sich resettet war doch in alten aus hinter der tür gibt es weiter zu gehen wer war da jetzt kein wie steuert man das ich habe was gewonnen hat aber hat aber lange gedauert kriegen wir die beide schon oder ja wir kriegen die ins inventar es gibt ja ja genau da für mich b 1 müssen heute schaffen die schon vorwärts jetzt was auch immer da kommt es passt auf dass dir nichts passiert das ist aber glück der hat glück dass er nicht stirbt ja so sollte das wie viel brauche ich damit was passiert hast du ja oder der rennt gleich runter ja und ich jetzt richtig wenn es absteigen können ich weiß ehrlich nicht wie ich absteigen schütteln dass wir gerade gedacht irgendwie gibt es ja ich kann kann es mir kommt eigentlich nichts gescheitert wir schauen wann ich mein hat das nicht her war es was ist da du kannst auf dem stehen mir die hauschen aber das ist die zweite 42 mit er geht schneller so was man erwarten auch bei fünf feuerblumen die 100 münzen lohnt sich ja doch das ist ja es war hier warum geht es darauf dass du dann mitnehmen du wusstest doch dass da eine rauskommt mein timing war aber scheiße ja du wusstest doch dass da eine rauskam und überhaupt so springt ab was abspricht ja abzenit abspricht ja okay ich hätte noch was du hättest dann was was damit noch machen können springen flattern abspringt du hast nur gesprung abspringen das gefällt haben wir gemacht so genau bist du eigentlich rein jetzt ja oben in die pfeilziger texten ja das ist der den ich auch noch aus und den normalen exit braucht man dann auch gar nicht mehr doch oder kommt darauf an der secret exit für das zu kann oder da unten ach so also ja irgendwie schon doch weil man ja alles machen will in diesem fall man könnte jetzt ernsthaft den typen skippen wollen war doch gar nicht wir haben diesen brief im schloss erhalten er weiß nichts gutes von bowser junior sobald deine freunde weg sind stecken meine leute an tods in tragzeichen blöcke wenn du sie retten willst musst du es alleine tun sorge mich meine freunde wenn du sie siehst trag sie zum ziel und es geht nur im solo also ein pech kein 100 prozent ich weiß ehrlich nicht ob ich das gerade richtig verstanden was der gemeint hat aber egal geht es weiter oder geht es nicht weiter nicht in diesem punkt oder weiter einspringen kommen wir dann auch wieder zurück ja können wir wozu alles mein joshi was mache ich in welt 5 damit du hast nicht zugeschaut oder am ende des letzten levels hast du mir abgegeben ich glaube da muss übrigens auch rein damit weggeportieren das das ist eine speedrun taktik es gibt einfach mal drei welten komplett oder muss man welten mit kanonen wechseln nein es ist nur zum skippen was ist das denn für ein schiff kenne ich ja das ist welcher das ist der welt ist das levy's böser zwillingsbruder der vegetarier ist ich weiß doch nicht wie die heißen ist das nicht ich weiß das stimmt willst du speichern würde ich mich ja nicht trauen speichern gerne ich wollte dass der platte ist jetzt blau das wollte ich das problem mit so einem joshi ist dass man dann einfach wusste nicht einmal dass da items rauskommen das habe ich jetzt nur zufällig gemacht weil der zähler hat waren wir schon mal ja wir haben das level gespielt ist jetzt ja normal ok los geht es gibt dann einfach mal warte zählt der für uns beide separat oder nicht ich habe nicht gesehen dass du eins und zwei überhaupt hat es oh gott wir waren das waren ab wenn man schon ein hart oder ich bin sein definitiv nicht also vielleicht haben wir uns und zählen aber für uns beide was habe ich ja es war übrigens gar keine absicht hier habe ich die dann wieder verschluckt ich was gleich ist sie gegessen als dass sie eingesammelt dachte ich ja auch ich habe nichts gedrückt oder so also möglicherweise habe ich was gedrückt ist nicht kurz absteigen so dass ich dachte nicht dass der so gut da fällt oh mein gott was soll ich habe einmal war das bildschirm stehen geblieben und dann wenn ich so läuft zurück direkt in ein loch rein das siehst du doch ich habe springen gedrückt aber dank deinem tod war der bildschirm in dem moment gefrausen also hat er das spring nicht akzeptiert verstehst du was ich meine ich bin irgendwie rausgekommen also ist einfach ja mein gott alter ist kein spiel was sich selbst werden es sich dadurch dass leute sich gegenseitig auch sagt gehen mehr spiele habe ich doch nicht vor oder so musst du den einsammeln nein da ist jetzt noch an den jetzt selbst als ein sternhaus übrigens das kann man auch machen habe ich vergessen ja deswegen wollte ich dich daran erinnern ich weiß ehrlich gesagt nicht was du gemacht hast du mich aufzunehmen aber wenn das gedrückt gehalten hat geschüttelt ich weiß echt nicht warum ich die jetzt eingesammelt habe ich will doch nicht einmal es haben ja ich weiß dir sehr eingesammelt hast ja schmeißen gegen die wand daran nicht und jetzt auf die genau nehme ich den überhaupt hoch genauso wie ich dich hoch gehoben habe dass der gerücktein und schütteln die zöde steuerst du dieses richtige game hat zum controller was ist ein scheiß problem hat es damals auch die probleme damit hatte ich mich ja auf mich zu töten wo genau bist du ja da unten weil ich nicht hoch gekommen bin weil du halt im weg stand ist toll jetzt haben wir gar kein power-up viel spaß mit boss kann man doch locker war ich komme davon nicht wir müssen aber auf die anderen seite ja ich bin ja nicht komplett auf den kopf gefallen aber wirklich gut spiel ich gerade nicht mehr also noch zwei drei und du bist tot ah hilfe oh mein gott was hat er bei mir ja hallo rein ich gehe runter nicht mal ein und schmeißt doch und ich traue mich nicht aber damit nicht schlecht ich meine es erst dort wenn ich ihn wegschmeiß ja da muss auf die andere seite da oben in die ecke rein weil der geheimgang ist immer nicht sieben ja genau mein eis funktioniert gar nicht druckig falsch ich dachte du bist ein bisschen zu schnell da rein dann mach es ohne mich kein problem wenn wir schon nicht gehen danke immerhin lebt einer von uns ja er war wieder der hat ohne power ab was er bissel doof ist nicht rein laufen aber du musst auf der seite ich wette da ist kein power ab wenn du es nicht mehr okay gut richtig gewettet ach nein spring doch ab jetzt von was denn du bist doch nicht einmal auf ihm gelandet wieso rutscht er jetzt die ganze zeit runter bleibt doch mal einfach auf der plattform stehen und bewegt dich nicht ich war noch nicht auf der plattform du warst schon drauf und bist runtergelaufen weil du ja konstant wie keine ahnung ich wollte eigentlich nur an der wand abspringen aber das hat nicht geklappt wird jetzt auch wieder ins nicht runtergefahren ist du mal eine von denen bitte ja die da ich komme davon nicht mehr hin wenn du nein auch nicht ja jetzt schade was immer das da als preis gelbe wir kriegen jetzt nicht ich will nicht auf die linke sein ja items halt muss ich da jetzt auch hoch ja empfehlenswert wie genau mache ich das dass ich automatisch in die blase gehe bevor ich sterbe wieso fällst du eigentlich immer runter ist aber ist es ja mal die ganze zeit rutscht man dir schon bewusst dass mario luigi schon immer andere controls hat oder ich habe wirklich bist du dir sicher dass sie das in diesem spiel hier haben keine ahnung ich war vielleicht aber wirklich halt weniger du musst du dich als herumrennen auf dem ding also deiner stoppt wenn du aufhörst zu laufen du musst doch nicht die ganze zeit rumrennen auf dem ding wie ich muss mich nicht bewegen ich schlag dich gleich alter wir können wissen renntest machen wenn du unbedingt willst ich glaube kaum dass das so viel unterschieden ich bringe auf ihn nicht auf mich ja auf du sprangst kann auf mir rum also immer in januar sehr schön meine feuerbälle machen sicher ganz schönes aus grundsätzlich machen wir schon schon an kann man dadurch rechnen versparen ja klar wir haben trotzdem drei gebraucht also hat man ja weil das halt ein paar braucht bis das war dann wenn ein punkt ist dass du denn für eine ahnung nachgezählt wenn man schuhe hast du aktiv hat glaube ich diesen sanktum 2 perk gewesen das ist nicht umsonst also ist ja klar dass es heißt ich gesagt ja gewisse klempner haben dafür gesagt ja bewegt dich mal speicher jetzt kannst du bist du bist du willst nur acht parts machen weißt du wie lange dann werden also sollen wir ein paar wechsel machen ja okay bewerten nicht vergessen dann tschau